ja hallo leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoon 1 Heps oh mein gawd, das ist ja ein wahnsinn, dieser shitten Bullshit von Level, dieser Heps das ist ein roter Saurier wie nenne dich? Dinosaurus na, Blättern Jumpisaurus nenne dich roti Jumpis wieso droht du du weiter? das ist so gefährlich, dieses langen Stern Level das ist gefährlich, mehr als nur gefährlich ok, dann gehen wir weiter eine Apfel Heps 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 wieder so ein Fledermäuse Hep ok raus rein und raus jetzt aber schnell checkpoint ok warten wir mal ein bisschen das Muster ab zack 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 und beide gleichzeitig wenn hier beide gleichzeitig sind dann müssen sicher hier alle drei gleichzeitig wenn hier beide gleichzeitig sind, dann müssen sicher hier alle drei gleichzeitig ab ok geschafft weiter ok da kommen wieder Fledermäuse Heps Plups dich habe ich beglückt ja grad noch rechtzeitig bevor die Fledermäuse kommen sind und Bonus Level Bonus Round und oh mein das ist das da ich will da gar nicht weitermachen, das ist ja 31% haben wir schon geschafft Wahnsinn schon fast die Hälfte wir haben gerade einmal 12 Level haha Update Safe Game ok speichern ok für dieses Level wäre ja da mal einen farbigen Edelstein bekommen hoffe ich heute mal weil mit diesen Strapazern die ich hier machen muss hätte ich mir schon einen verdient boah 42 Leben habe ich schon oh mein Gott schon wieder komm her da komm her zu mir komm her da ok boah das war jetzt aber knappig so der muss zu mir kommen ah den muss ich da in der Mitte anschauen yeah die Kissen sind kaputt ok ok ich will mir die einen holen und auch die anderen lasse ich gehen ok lass es bitte ein Perfect sein bitte ja perfekt und ein grüner Edelstein ja ja 32% und take the safe game boah das ist so endlich haben wir dieses Level geschafft das ist so brutal und Tempelruinen nein das ist also scheiße das ist auch so scheiße das Level das ist auch so scheiße Wunder weck da ok ok höp ok boing schlange boah 42 Leben das ist ja Wahnsinn wie viel ich da so schaub und durch boing boing ach nee boah und durch auch ok ich kann auf den Säulen laufen schön nein es war ja noch runter Mist naja soweit ich nicht weiter vorne war oder einen Checkpoint habe oder so irgendwas aber ich war ja schon so weit naja wie weit weiß ich jetzt auch nicht genau naja soweit ich nicht weiter vorne war wird schon schief gehen weiter geht die wilde fahrt ok weit war er noch nicht richtig oh hopps aber sie sind halt nicht mit linearen Bewegungen wo man nicht zu rechts oder was fahren kann oder was so viele Äpfel oder heißen sie Wumberfrüchte genau die heißen ja Wumberfrüchte und wieder von vorne anfangen das ist schön und wieder von vorne anfangen das ist schön ach Mann, 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 Mann Tempel Der Tempel Tempel Ruins Was mache ich da für eine Scheiße? Ich laufte genau mitten hinein aber ich kann nur raus was mache ich da für eine Scheiße? Wunder 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 Hallo? Äpfel 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 Oder besser gesagt Bomberfrüchte heißen die Habe ich glaube ich Doppel Doppel gemoppelt Doppel Doppel Und auch das in der vor bin was machst du da für Scheiße, wieso springst du immer daneben? sprich mit mir, komm schon, ah mein Akku ist leer hm, Benni sag muss ja immer ein bisschen vorsichtig werden boah, die hat mich gebissen, die hat mich fast gebissen ja, 37 Leben haben wir schon wieder schon wieder, wir hatten schon mal 44 glaube ich oder? hab ich mich da getäuscht naja, macht ja nix na, jetzt hab ich meine Maske verloren die Maske der Reinheit und der Tugend Wumba, der heißt, genau, Wumba wir müssen nachher schon mal schauen und wir gehen auf den Lift wir machen Lifting und da ist schon wieder ein Feuer gefacht ok Vorsicht Wollen die was anzünden oder machen wir da ein kleines Feuerchen ok ich höreste so Senkelbesprüche, dass lineal viel besser sind die Maske jetzt haben wir wieder eine Maske die Maske Maskenata und da ist ein Apfel für was ist der laufen mal da kann man ja nach links laufen und da sind so viele Kästen oh mein Gott also hätte ich sagen können Bernie ja am Schluss ja Bernie, wo hat sie die ganzen Kästen gelassen? hm ja ich hab's nicht sagen keine Ahnung, ich weiß nicht aber jetzt hab ich das entdeckt und hat's geschafft ok hups Feuer boing 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 ja Leute, wir machen hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge bei let's play Crash Bandicoot 1 Leute, bis dann haut rein ciao ciao ciao